Für mehr Videos und Übungen zum Thema, klicke den Beschreibungslink. Guten Tag und herzlich willkommen. Dieses Video heißt Anionische Polymerisation – Leistungskurs. Für die Vorkenntnisse solltest du die Videos über die radikalische Polymerisation und die kationische Polymerisation bereits gesehen haben. Mein Ziel ist es, dir in diesem Video Verständnis und Einsatzbreite der anionischen Polymerisation zu vermitteln. Der Film besteht aus acht Abschnitten. 1. Das Reaktionsprinzip 2. Monomere 3. Lösungsmittel 4. Initiatoren 5. Der Mechanismus 6. Besonderheiten der Reaktion 7. Einige Kunststoffe 8. Zusammenfassung 1. Das Reaktionsprinzip Bei der Polymerisation regiert die Doppelbindung des Monomers. Für die Initiation der Reaktion kommen sowohl Radikale als auch Kationen in Frage. Aber auch Anionen können die Reaktion initiieren. Die beiden ersten Initiatoren habe ich euch bereits in den entsprechenden Videos vorgestellt. Heute soll es um Anionen als Initiatoren gehen. Wenn die Doppelbindung mit Anionen reagieren soll, benötigt sie eine Aktivierung. Die Modelle zweier aktivierter Monomere seht ihr hier. Es handelt sich dabei um Monomere mit elektronenziehenden Gruppen. Das linke Monomer verfügt über eine elektronenziehende Gruppe. Das rechte Monomer besitzt sogar zwei solcher Gruppen. Betrachten wir nun drei Fälle. Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen.